Und Lawin Party bei uns am Ende. Interesse, wieso rede ich wieder Hochdeutsch? Ciao, ich bin selber geklappt. Willkommen im wunderschönen Basel und herzlich willkommen auf Queer Up bei Simi und Yoko aus uns umleben. Wir haben uns entschlossen, jeweils auch selbstständig ein bisschen zu vlogen und euch mitnehmen durch unser Leben. Ich lebe normalerweise nicht ganz so rum. Heute ist Halloween, beziehungsweise ein Abstieg vor Halloween. Und ich stehe am Bahnhof in Basel, hinten dran. Und muss den DJ abholen für die heutige Party von Steven Bam. Weil er sich als Zürcher nicht in der Stadt Basel auskennt. Und er den Weg am Regenbogen entlang nicht im Gay Bart wird finden. Von dem her gehe ich in Israel abholen. Und ich nehme mich mit durch die heutige O.B. Ich habe auch noch ein weisses Ding in der Fresse zum Phantom of the Opera nachspielen. Weil schminken heute? Girl. No. Ich bin müde. Und ich mag nicht. Aber was man alles tut fürs L. Und fürs Leben. Anyhow. Wir sehen uns später. Und bis bald. Welcome back. Look who's here. Hi there. Steve Bam. Wir gehen einen guten. Wir sind am Wagenplatz. Wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen verwirrt. Er ist leicht verwirrt. Zürcher in Basel. Zum zweiten Mal in seinem Leben. Und er weiss nicht wo vorne und hinten ist. Anyhow. Unterwegs ins L. Wir sehen uns später. Bye Bitches. Tada. Ich bin mit El. Ich musste fertig schminken. Was ich jetzt gemacht habe. Und ähm. Jetzt kurz auf die Vögel schauen. Was so mit den Leuten läuft. Und dann musst du auch den Kollegen schminken. Hello. I'm back. Look who's here. We got. What's that? Und er mit seinem ersten selber geschminkten Auge. Hello. Yes. Bitches. I am so proud of myself. I am so sorry. Wieso? Auf mich selbst. Und wir haben den Joker in der Hals. Das Gold in der Ritz sofort. Babyface haben wir auch in der Hals. Das war ein Bromfall hat man auch noch. Auf mich selbst. Und Halloween Party bei uns wäre noch ein Interesse. Wieso rede ich wieder Hochdeutsch? Ähm. Tja. Mir selber klappt ein Ding halt nicht. Aber egal. Seht sich später. So was jetzt zum Thema Hals am Schrauben ist. Es ist nicht mehr eine richtig Halloween Party am Laufen. Und ich bin voll beschritten mit dem Karten. Darum sehr kurz eine Frage. Aber seht ihr bei euch bitte. See you. See you. Spürt ihr oben jetzt einen schlimmen Wert zu bringen? Hello. 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 So es ist immer noch erst 3 am Morgen. Martin ist immer noch geschminkt. Und wir haben einfach irgendwie 100. Yum 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 yum. Eiersalat. Eiersalat. Well. 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 She changed her outfit. Was? Ah. 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 Sorry. Das war voll überraschend. Ich hab's nicht gecheckt. Sorry. Hi. So. Wie war die Party heute? Was? Wie war die Party heute? Super. Äh. Ja. Wir sind immer noch dran. Also. Wir haben wieder alles von Party. Next time. Bitches. See ya. Yes bitches. Du weißt es ist eine gute Party mit einem der Party. Hahaha. Das ist der falsche Hase im Ältereffnen. Hahaha. So. Das ist ein guter Abschluss für den Vlog. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und äh. Goodbye bitches. Nah, das ist der Hausch. Hare, tramp. Auf H. Mit Wär zuischen. Ah. Ah. ida. Da. Da. Da.